So, okay, heute am 24. Juni 2018 muss man ja einfach ein Video machen, ein Video auf Deutsch und ein Video über das neue Spiel des Jahrhunderts von gestern Abend der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden. Ich meine auch ein wenig vielleicht um dieses ganze Wahrscheinlichkeitenkonzept zu erklären, aber natürlich geht es um Vorab-Analysen, Kommentare während des Spiels, Stimmung im Volk, die Reaktionen, die Analysen, das alles zusammengenommen und die Bedeutung dieses Spiels sozusagen für die ganze Nation und wie auch immer. Ich meine, das Feuerwerk konnte man natürlich hören hier nach dem 2 zu 1 in der 95., 94., 95. Minute, Toni Kroos, auch die Reaktionen der Spieler, die Antworten, Interviews, was auch immer. Also wie immer finde ich natürlich alles dazu falsch und ja, was heißt schon falsch? Man könnte ja alle Reaktionen natürlich erklären, auch die Analysen vorab, aber auf was man sich jetzt auch immer da konzentrieren möchte. Ich gebe ein paar Beispiele und eines wäre eben das Interview mit Toni Kroos im Anschluss, der dann eben sagt, ja einige Leute hätten sich schon eher gewünscht, dass sie ausscheiden und dass es denen nochmal gezeigt haben oder so. Also ich finde diese Reaktion halt auch total nachvollziehbar und wenn das jetzt meinetwegen fehlinterpretiert oder was auch immer, was er da sagt oder wie es auch interpretiert wird, das kann man halt einfach richtigstellen. Und wenn er sagt, die Leute wünschen sich das, dann, es heißt eben, man nimmt sehr wohl wahr, wie hier reagiert wird. Und natürlich als Spieler, selbst wenn Jogi Löw garantiert zu ihnen sagen wird, schaut euch nicht zu viele Berichte an, wir arbeiten hier in Ruhe weiter und versuchen halt ein gutes Ergebnis zu erzielen. Aber Fakt ist, dass alle davon beeinflusst waren und darauf einfach jetzt nicht mehr nochmal reagieren können. Die Forderung nach Siegen oder sowas in der Bevölkerung hier, das ist eben einfach, das hat vollkommen eine absurde Ausmaße angenommen. Und in dem Kommentar wurde es ja auch deutlich, dass da eine vollkommene Konfusion ist, was man eigentlich möchte oder nicht. So, jetzt zunächst mal zu Toni Kroos Reaktion. Dann sage ich nur, wenn man so viele Fachleute hört, die Experten angeblich natürlich, also deren Expertenstatus ich weit mehr als nur in Zweifel ziehe, den nicht halt mit einem Stich mit der Nadel hinein in diese aufgeblasenen Luftballons. Und da bleibt nichts als ein Häuflein schlechte Grammatik, wie es so schön Tucholsky ausgedrückt hat, weil halt einfach ein 0,0 dahinter ist. Ich meine, man kennt halt das Ergebnis. Ja, ab jetzt Deutschland, Mexiko 0 zu 1. Ich meine, wenn sie vorm Spiel dann sagen, Ochoa hätte neun Paraden gehabt und wäre irgendwie Mann des Spiels gewesen, ja, da müssen wir nochmal nachdenken. Ja, warum ist er denn mit neun Paraden? Weil sie so schwach waren, dass sie nur neun Schüsse oder wie oder einen hätte er nicht halten dürfen oder zwei oder wie. Es ist halt einfach alles lächerlich. Es ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten und die Wahrscheinlichkeit war, vielleicht haben sie das nicht perfekt. Man könnte eben auch hier diese Werteanzeigen, das waren nur 61,72 Prozent. Nach meinen Berechnungen, der Markt war aber nicht so weit entfernt davon. Das heißt, man kann da nicht einfach einen Sieg erzwingen, 61 Prozent. Da würde sich doch kein Mensch wundern, wenn die mal nicht kommen. Aber das ist die deutsche Nationalmannschaft, die muss gewinnen und die ist verdammt zum Siegen. Und wenn sie es nicht tun, alles war falsch. Und wenn die Experten sagen, ja, der hätte denen mitspielen, mitnehmen müssen, der hätte aufgestellt werden müssen, keine Leidenschaft, sind alle satt. Alles war falsch an diesem Spiel. Und das hören die Spieler. Was will denn der Experte damit erreichen? Also Waldemar Hartmann oder so, der das alles zerreißt und dann noch die Beifallsklatsche auf seine Seite kriegt, dabei Hart, aber fair oder wo auch immer das da war. Ist doch ganz offensichtlich. Denn wenn Toni Kroos jetzt sagt, der wünscht sich das ja ausscheiden, dann würde er natürlich, nein, ich habe natürlich nur und Besserung und sonst was. Wie punktet er? Er punktet als Experte. Und der wahre Experte sagt halt vorher, das war alles falsch. Falsche Mannschaft, da ist falsch aufgestellt, keine Einstellung, sagt hier Champions League Sieger, Nase zu weit oben, keine Ahnung, was sie alles sagen. Was noch alles falsch gewesen sein könnte. Und Abwehrschwächen, da ist keine Koordination, Abstimmung, Risse in der Mannschaft, tausende von Fehlern. Und wenn der Experte jetzt bestätigt wird, die Mannschaft ist ausgebildet, sie haben sich doch gesagt, die können gar nichts. Und wenn sie plötzlich gut spielen, dann würde er halt sagen, ja, wenn sie es so machen, ist natürlich alles richtig. Ich meine, der Experte würde aber am besten bestätigt werden, wenn sie jetzt ausscheiden, wenn sie, sagen wir, klanglos verlieren. Und natürlich würde er sagen, nein, habe ich mir doch nicht gewünscht, ich wollte nur für Deutschland alles das Beste. Dann ist es eben nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Denn der andere ist der, haben verloren, habe ich doch gleich gesagt. Und das hätte Waldemar Hartmann und jeder von diesen bescheuerten Experten genauso gemacht. Die Angst der Identifikation mit einem Verlierer, die zeigen zum Beispiel im Nachbarland Österreich oder so, wenn man das mal nimmt, kleinere Nationen, kleinere Länder, die immer granteln und immer schimpfen mit ihrer Mannschaft oder so. Das ist eben die Angst der Identifikation mit einem Verlierer. Die sagen, ach, die verlieren ja sowieso. Weil wenn man jetzt sagen würde, unsere sind so gut und dann wieder verloren und wieder verloren. Dann würde man lieber sagen, die können ja gar nichts. Und wenn sie gewinnen, dann freut man sich innerlich zwar trotzdem, aber hat eben dem Vorschub geleistet, dass man eine große Enttäuschung erlebt, indem man sich emotional vorab abwendet. Und genau das haben alle diese Experten auch getan. Und die Experten haben ja mit ihrer Art, was ich alles schon im vorherigen Video erklärt habe, haben ja nicht nur sich aufgeblasen, das und sonst was und was sie alles und was alles für Fehler sie entdeckt haben, sondern sie haben zugleich mit den Maßnahmen die Chancen verschlechtert. Denn es ist nicht möglich, das auszublenden. Und es ist auch nicht möglich zu sagen, jeder redet mit jedem freundlich und wir funktionieren als Team oder sonst was. Wenn einem Tag für Tag gesagt wird, wer alles Totalausfall, sagt Basler, sechs Totalausfälle. Da kann man nicht am nächsten Tag ganz normal, hey, wie geht's? und wir heute machen mal schönes Training und wir sind ein Team. Sondern da fängt es an, logischerweise wird es damit induziert, injiziert, irgendwelche, halt diese Risse, von denen dann nachher die Rede ist. Und wenn man jetzt beispielsweise noch eine Reaktion von Jogi Löw, ich begreife einfach nicht, dass sie nicht merken, dass diese Anspannung so deutlich war. Dann sagen sie tiefenentspannt. Ich meine, dass man jetzt sagen würde, nur relativ entspannt. Irgendetwas, aber wenn man nicht merkt, dass er die ganze Zeit nach Atem ringt, weil er einfach, weil diese Anspannung so enorm hoch war, hier 90 Millionen oder wie viel sind es, 80 Millionen, keine Ahnung, die man hier enttäuschen kann und die alle das sozusagen besser wussten, wer alles hätte spielen müssen. Und dann sagt er auf einmal, wir müssen vertrauen der Mannschaft, sagt er vom Spiel. Und dann wird darauf rumgehakt, dass er vier Leute ausgewechselt hat. Einen hat er sowieso, musste er ja ersetzen, Hummels. Und die anderen drei, das waren noch die ganzen Forderungen. Ja, und jetzt heißt es aber im Spiel, ja, damit hat er ja das Vertrauen denen entzogen. Also wie blöd kann man denn sein, auch alles daran schlecht zu reden, was, und jetzt auch dem vorzubeugen, ja, sie werden verirren und ich habe dann schon die Begründungen alle parat, wie Bela Reti da oder sonst was. Das ist einfach unerträglicher Müll. Und wenn ich dann, jetzt kommt diese, tatsächlich dieses unfassbare 2 zu 1, ich meine, über das Spiel selbst habe ich ja jetzt meinetwegen noch kaum was gesagt, aber jetzt kommt dieses unfassbare 2 zu 1, ist ausgerechnet natürlich groß, könnte man jetzt sagen, jetzt diese Explosion. Und zwei Minuten später sitzt sie schon im Interview und sagen, ja, was muss alles besser werden im nächsten Spiel? Also das kann man noch nicht aushalten. Ich meine, jetzt haben sie sich alle gewünscht, es ist unfassbar. Es hat wirklich geklappt. Jetzt sag doch endlich mal, jetzt nimmst du doch mal in den Arm und sag, klasse, dass er uns dieses Glücksgefühl trotzdem wieder beschert hat. Es war gegen unerträgliche Widerstände und jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt heißt es, ja, was muss alles besser werden im nächsten Spiel? Nee, also das war so unfassbar wirklich. Und ich sah ja der Jogi Löwfer ganz kurz davor, hier den Rudi Föller zu machen, dass er einfach explodiert. Und auch Toni Kroos, der dann gefragt wird, guck mal, er hat dann das Tor geschossen, das 2 zu 1. Und jetzt zeigt er auch diese Gesten und diese enorme Erleichterung. Guck mal, ich habe es allen gezeigt. Ihr hackt immer nur auf uns rum und wisst gar nicht, wie hart das ist. Und klar könnte ich jetzt auch über die anderen Spiele und Favoriten. Aber jetzt erst mal nur das. Und man zeigt meinetwegen auch wirklich diese Emotionen. Man sagt, der heult ja fast oder kann das nicht fassen, wie Pelé damals 1958, als er mit 17 Jahren das siebte oder das letzte Tor da schießt und dann vom Platz getragen wird, gar nicht fassen kann mit 17. Der konnte die Tränen nicht zurückhalten, weil er einfach so ergriffen war. Und so ähnlich war es bei Toni Kroos, dass sie dann immer gezwungen werden, da irgendwie nüchtern Analysen und sonst was. Aber der war genauso. Und dann sagt er, ja, bei Ihnen war ja nun auch nicht alles. Kommt er gleich im Interview, da könnt er genauso das Mikrofon nehmen und der vor den Mund stopfen und einfach weitergehen. Und da sind sie kurz davor, das sage ich bloß, weil das einfach zu viel ist. Der Respektlosigkeit, diese, wirklich, dann haben wir es geschafft und dann, was war falsch alles und was hätte besser werden müssen. Ich meine, normalerweise muss Deutschland, Schweden 5-0 putzen. Oder wie, was steckt dahinter? Dazu könnten wir die Vergleichsspiele nehmen und wir können jetzt einfach auch mal ganz kurz, ich meine, ich schalte dich selber schon um, meinetwegen auf nüchtern, aber ich bin es nicht, ich meine, ich bin entsetzt, fassungslos und sonst was alles. Aber wenn man das ganze Geschäft, 65,11% hatte ich berechnet für einen Sieg. Und wenn man das auch mit dem Markt vergleicht oder so, da kommt nicht viel was anderes raus. Der Markt hatte sogar eine etwas kleinere Chance, glaube ich, am Ende. Also sprich, die Siegschance von Deutschland wurde noch geringer als 65%. 65%, das ist wie zwei Drittel, ein Drittel beim Roulette oder sowas spielen. Also ich meine, es kommt häufiger, aber sehr häufig geht es auch daneben. Wenn jemand glaubt, er kann das besser berechnen oder die Deutschen sind jetzt verdammt zum Siegen, jetzt sind es 90% plötzlich, weil sie gewinnen müssen oder 99%, der soll sein ganzes Geld nehmen und auch aufsetzen oder meinetwegen Money Management nur ein Zehntel davon und dann versuchen, damit Geld zu verdienen. Er wird aber nicht weit kommen. Aber meinetwegen, dann sagt er halt 70, nein, das sind 75. Ja, okay, dann nimm zwei Drittel deines Geldes oder ein Viertel, keine Ahnung was, aus Money Management. Aber dann musst du halt wetten, wenn du es besser weißt. Und wenn er es nicht besser weiß, dann sind es eben nur 65%. Mehr schafft man eben nicht. Mehr ist nicht möglich, als Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Und wenn diese Einschätzung mal, das ist ja auch auf mein Geschäft bezogen oder auf dieses ganze Wahrscheinlichkeiten-Konzept. Es kommt nicht mehr als 65%, wenn sich jetzt die Leute hier abwenden, der eine postet da 0 zu 2, könnt ihr mir glauben, die Deutschen verlieren. Und sehr viele haben sich dagegen gestellt und so wird es gar nichts und sonst was. Natürlich, weil sie diese ganzen Expertenmeinungen aufnehmen. Aber egal, was man da jetzt prophezeit oder die Krake nachher wieder gefragt oder die Katze, die da irgendwelche Kater oder sonst was der dann sich entscheiden soll. Es ist eine Wahrscheinlichkeit und die ist bei 65%. Und ich finde halt natürlich, jetzt könnte man wieder nüchtern, dass Wahrscheinlichkeitenprinzip die untersuchen, ob sie sich den Wahrscheinlichkeiten entsprechend verhalten haben. Denn das zu berechnen ist die eine Sache und auf dem Platz natürlich muss trotzdem die Entleistung irgendwo in Verhältnis gesetzt werden damit und beziehungsweise in Einklang gebracht werden oder manchmal halt auch ein Widerspruch. Wenn ich jetzt diesen, nein, bei Südkorea gegen Mexiko, das Spiel, was da vorlief, das war ja schon um 14 Uhr. Aber da sehe ich natürlich jetzt kein bisschen einen Widerspruch, dass hier 62%, 22% Mexiko, 30%, 47%. Mexiko war halt weniger favorit als Deutschland und auch das Spiel hat es einfach gezeigt. Und da würde ich sagen, waren die Berechnungen auch richtig. Belgien hatte etwas mehr. Tunesien natürlich auch ein respektabler Gegner. Tunesien hat sich auch entsprechend verhalten und hätte auch nach dem, obwohl sie gleich im Rückstand waren und dann sogar mit zwei Toren und gegen wirklich starke Belgier, hatten dann aber nach dem 2 zu 1 sogar bis zur Halbzeit also teilweise eine ganze Menge Chancen, wobei eben auch Belgien dann immer diese Konterschancen hatte. Aber jedenfalls, dass die Chance etwas höher war, würde man durchaus akzeptieren, dass sich die Mannschaften dementsprechend verhalten haben. Die haben halt profitiert von dem frühen Tor und dass die Belgier, die haben eben darauf aufgebaut, während Deutschland das Tor nicht hat. Also sprich, ich habe auch nach fünf Minuten gleich eine Nachricht, kriegt 3 zu 0 geht es aus, weil nämlich jemand sagt, na, wenn sie die so auseinanderspielen da, dann wird es halt ein glatter Sieg. Und genau so hätte es natürlich auch kommen können, dass halt die erste Chance da gleich reingeht, wo sie, ich weiß nicht, das war jetzt egal, ob der Ball da fast schon im Tor war, man sah halt einfach, dass sie die Gegner überrennen können. Und das Ziel dessen, dieser enorm stürmischen Anfangsphase, ist natürlich die gar keine Unsicherheit, erst aufkommen lassen, das einfach, wir können das und den Gegner sofort unter Druck setzen, ist natürlich auch ein Teil Taktik. Aber das Ziel ist nicht davon, den Gegner irgendwie zu beeindrucken oder zu sagen, jetzt schmüllen wir euch ein, wir sind die Besseren und sonst was, sondern das Ziel ist es, ein Tor zu erzielen. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten, man schafft das, was eine gute Chance hatte oder man schafft das nicht. Und dann ist doch logisch, dass der Gegner irgendwann, wenn er nach 15 Minuten mag, immer noch 0-0, wow. Und jetzt können wir auch mal mitspielen, dann heißt es auf einmal, wir haben den Gegner stark gemacht. Ich meine, Bela rät die sowieso jetzt mit wir und sonst was. Aber das ist doch ganz klar, jeder Gegner würde stark werden. Das Ziel ist ja nicht, 15 Minuten sie einzuschnüren, sondern am besten ein Tor zu erzielen. Und das war ja auch nah dran. Und wenn es ja nun mal nicht geklappt hat, was man eben einfach nicht garantieren kann, dann ist es logisch, dass der Gegner dann irgendwann mal stärker wird. Und man hat ihn aufgebaut, jetzt sagt wieder als aktive, Schweden darf gar nicht, die dürfen gar nicht den Ball haben, sonst haben die Deutschen was falsch gemacht. Ich meine, es ist halt, und abgesehen davon habt ihr doch die Unsicherheit selber denen aufgezwungen. Also, dann wundert euch doch nicht, wenn denn mal ein Fehlpass kommt. Ich meine, das meine ich ja, dann waren halt diese Auswirkungen von den Medienreaktionen halt doch irgendwo zu spüren, dass dann eben plötzlich mal wirklich ein schlechter Pass da in der eigenen Hälfte passierte oder so. So, und ich meine ja überhaupt schon jetzt diese drei Wechsel dann. Also, ich meine, sie verlangen dringend Änderungen. Er spricht von Vertrauen, ändert auf drei, aber ich meine, gezwungen auch vier Positionen. Dann, nee, wie kann er denn, jetzt hat er ihm ja das Vertrauen entzogen. Dann können wir ja das alle einen Strick drehen. Also, das geht, wirklich, das ist so schrecklich. Und in dieser Welt dann überhaupt noch, so, auf jeden Fall, kurz mal zum Spielgeschehen noch, meinetwegen diese, 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 diese bröckelnde Überlegenheit und dann eben sogar auch noch das Gegenteil zu kassieren. Und ich meine, das war ja Entsetzen und meinetwegen war dann das Volk wirklich gelähmt für die. Und natürlich habe ich hier dann auch ständig irgendwelche Nachrichten reinbekommen oder so. Und was die Medien da, was die Leute halt dann dachten in dem Moment, und da war natürlich schon irgendwo dieses Entsetzen, ja, wir stehen ja wirklich kurz vorm Aus oder sowas und das schaffen sie nie. Und der andere sagt dann doch, die drehen das noch oder so. Und irgendwo ist es halt, und natürlich logischerweise ist die Wahrscheinlichkeit, wenn sie vor dem Spiel 65 Prozent war, auf 90 Minuten. Und dann ist es egal, auch selbst wenn man weiß, man braucht jetzt zwei Tore, 45 Minuten. Aber dann ist sie natürlich weit mehr als halbiert oder so. Also sie ist eben erheblich in Keller gegangen. Ich meine, ich habe natürlich Berechnungsmethoden für das, und das kann man auch nachlesen. Wenn jetzt beispielsweise mal, wenn jetzt diese Statistik genannt wird, dass Deutschland seit 1974 kein Spiel mehr gedreht hat und ausgerechnet gegen Schweden das letzte Mal das der Fall war, was ich auch live natürlich miterlebt habe, das 4 zu 2 damals. Aber da kann ich ja nicht so eine Statistik anführen, ohne eine Anzahl von Spielen oder Ereignissen. Wie oft lagen sie denn überhaupt zurück? Sie lagen ja fast nie zurück. Also ich kann mich kaum erinnern. Klar, wenn sie mal zurücklagen in Kroatien oder was weiß ich was, dann haben sie halt auch verloren und ausgeschieden. Aber das war ja halt fast nie der Fall. Also ich meine, die wenigen Spiele, die sie überhaupt mal zurücklagen, da müssen wir jetzt sagen, ja dreimal lagen sie zurück und dreimal haben sie es nicht geschafft seitdem. Oder wie oft war es? Ich weiß nicht. Vielleicht mehr als dreimal. Ich weiß nicht. Seit 1974. Guck mal, so eine Zeitsprache. 44 Jahre lang. So ein Blödsinn wirklich. Also es gibt eine Anzahl von Spielen und das ist das Einzige bei den Statistiken. Da kann man ja wirklich alles drehen. Ich meine ja auch jetzt zum Beispiel dieser Kommentar, Belgien ist in der Hintermannschaft anfällig. Also das war ja wieder der allergrößte. Sie merken einfach, dass sie sich total da auf ihre Offensive auch verlassen können. Und sie spielen halt einfach weiter nach vorne. Und ab jetzt. Davon hat Tunesien, nun mal alles getan, um ein Tor zu schießen. Ich meine, wenn ein Gegner dann einen, so ist man jetzt gezwungen mit zehn Mann dann in die Abwehr, um 0 zu 2, um 2 zu 0 über die Zeit zu bringen oder was. Ich meine, sie haben einfach mitgespielt, die Tunesier. Es war super mit anzusehen, wenn es der schönsten Spiele, wenn man natürlich auch dann sagen müsste, ja so spannend war es naja auch nicht. Obwohl selbst Tunesien bei 3 zu 1. Aber dann war natürlich, es kam selbst das 4 zu 1 sehr schnell nach der Pause. Aber da haben sie immer noch. Und die haben einfach danach weiter Fußball gespielt und ordentlich. Und dann heißt es, Belgien ist anfällig in der Hintermannschaft. Und Hitzelsberger analysiert nachher noch, ob die damit weit kommen, das zweifle ich an. Also so ein Blödsinn wirklich. Da muss man auch Fußball ein bisschen kennen und ein bisschen Fußballverstand mit einbeziehen. Ganz ehrlich, das ist ein Spiel ist so und ein Spiel ist so. Vielleicht hätten sie hier auch nicht das 1 zu 0 gemacht, hätten sie weitergearbeitet. Tunesien hätte vielleicht dann wirklich das Unentschieden ein bisschen im Sinn gehabt, irgendwann mal. Dann wäre es genauso wie Deutschland Schweden geworden oder sonst was. Ich meine, oder wie viele von den Spielen, Portugal, Marokko, hier kann man ja gucken. Oh, bei Saudi, wo sie schon gesagt haben, Spiel der Ergebnis der WM, die halt alle Favoriten hier, die irgendwie lange gearbeitet haben, bis sie das Tor hatten. Das war ja Europa in der Nachspielzeit und so weiter. So ein Spiel hätte es halt auch werden können. Oder Dänemark, äh Quatsch jetzt, Brasilien gegen Costa Rica, war ja genauso ein Spiel halt. Und das hätte es auch werden können. Aber wenn halt früh zwei Tore, na dann sagt man halt, na bitte, vielleicht dürfen die auch mal. Wir holzen auch nicht jeden um. Oder es gehen auch nicht immer sechs Mann in die Defensive, wenn der Gegner mal angreift. Sondern wir schießen schon unsere Tore. Die können ja auch mal eins machen. Ist doch nicht so schlimm. Anfällig in der Defensive. Ja, dann wünscht man sich schon wieder, dass Belgien, Deutschland dann irgendwie raushaut. Wie soll ich dann denen mit dem Schwachsinn fertig werden? So, naja gut. Toreschnitt hat sich natürlich jetzt durch diese, das ist jetzt nochmal so nebenbei erwähnt. Der Toreschnitt ist natürlich jetzt fast in den Bereich gerückt durch diese 13 Tore hier in drei Spielen, was ja mehr als vier pro Spiel ist. Und jetzt lege ich ganz nah dran. Und die Wahrscheinlichkeit, weil ich es gestern so ein bisschen erklärt habe, 55,22 auf Englisch halt. Aber kann man sich halt gerne angucken. Hier ist immer die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, welches eingetreten ist. Also 79,1 heißt Favoritensieg hier. Das hat eben Spanien gewonnen gegen Iran. Oder die größte Chance hier war Brasilien gegen Costa Rica. 81,85 Prozent. Wenn man jetzt sagen würde, oder auch hier Belgien, Panama, aber auch in der Größenordnung. Weil man hier sagen würde, ja Costa Rica war doch ein bisschen besser. Okay, ja, keine Ahnung. Fakt ist, dass ich hier halt die Verfriedener Ereignisse, und hier ist halt diese erwartete Wahrscheinlichkeit, indem ich halt die hier ausmultipliziere und aufaddiere. Das ist eben ein Konzept, was sozusagen in der Statistik gar nicht existiert. Was aber die Qualität von Wahrscheinlichkeiten misst, die man nicht kennt. Und die kennen wir nicht, sondern die stehen ja so da. Und hier könnte man jetzt eben sagen, dadurch, dass die Wahrscheinlichkeit, auf der sie gespielt haben, wesentlich höher war als die erwartete. Also fast um fünf Prozent höher, würde man eben sagen, bisher gab es deutlich, also relativ deutlich zu viele Favoritensiege. Na ja, natürlich hat sich das jetzt eben durch diese paar Tage, jetzt könnte man eben sagen, na ja, in letzter Zeit, davor war es eben nachteilig für die Favoriten. Jetzt ist es vorteilhaft, weil eben diese sechs Spiele, wobei eben bei Schweiz gegen Serbien, muss man ja sagen, also da ist ja auch alles falsch analysiert worden von Oli Kahn und sonst was. Aber erst mal, dass ich hier die Schweiz vorne hatte, das war eben einfach ein kleiner Fehler. Also wenn eine Mannschaft besser war, war es eben Serbien, obwohl Schweiz es wirklich so gut gemacht hat am Schluss. Und wirklich auch, ja, dann immer mehr Anteile, aber sie hätten natürlich auch längst 0-2 zurücklegen können. Aber das war vielleicht gerade noch so in die Tendenz ausgeglichen. Aber niemals ist Schweiz die bessere Mannschaft. Weil ein Fehler von mir, also hier wäre ein Favoritensieg, der halt eigentlich keiner war. Aber hier Oli Kranns Analyse, die dann nach dem Spiel, die dann, ja, warum sind denn die Serben alle nach vorne gerannt? Also ich meine, das ist ja mit null Gehirn. Weil ja eben, also tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber sie interessieren sich einfach nicht dafür. Wir sind Deutschland, wir sind immer Weltmeister, was sollen ja die anderen da ihre wurschteln, rumwurschteln, ihre paar hilflosen Bemühungen oder sonst was, das interessiert uns alles nicht. Fakt ist, dass Serbien den Siegtreffer unbedingt wollte. Aus welchem Grund wollten sie ihn? Weil sie bei Unentschieden hätten sie halt gegen Brasilien gewinnen müssen. Auch oder trotzdem oder wie auch immer. Denn Schweiz hätte dann zwei Punkte. Hätte mit einem Sieg gegen Costa Rica, was jetzt eben ein Walkover ist, könnte man sagen. Weil Costa Rica ist halt raus nach der zweiten Dialage. Sie haben 0%. Dann ist es eben ein Sieg für Schweiz. Und wenn Serbien dann gegen Brasilien unentschieden spielen würde, dann hätten die drei untereinander alle unentschieden gespielt. Und alle drei hätten Costa Rica besiegt. Wären also alle mit fünf Punkten punktgleich. Da Serbien aber nur 1-0 gegen Costa Rica gewonnen hat. Brasilien aber 2-0. Und Schweiz vielleicht, wenn sie gewinnen, mehr als 1-0 gewinnen werden. Oder halt 1-0 ist ja das knappste aller Ergebnisse. Also wäre Serbien sozusagen bei einem Unentschieden zum Sieg gegen Brasilien verdammt. Und dann kämen sie nur weiter mit einem Sieg. Nachdem sie jetzt das 1-2 kassiert haben in der Nachspielzeit, sind sie nur mit einem Sieg gegen Brasilien weiter. Also ihre Situation hat sich durch das Gegentor kein bisschen verschlechtert. Wenn um dieses kleine bisschen, dass jetzt Schweiz doch nicht gewinnt gegen Costa Rica, was aber jetzt sozusagen dann auch nicht in ihrer Hand steht. Und sie können dann das Spiel gegen Brasilien so angehen, wir spielen mal auf Unentschieden, mal sehen, was bei Schweiz gegen Costa Rica passiert oder so. Und dann liegt Schweiz zurück. Ja, haben wir gut gemacht. Oder wie auch immer. Sondern sie würden das Spiel genauso auf Sieg anlegen müssen. Und die haben eben ein bisschen Verstand gehabt, haben eben gesagt, es ist einfach kein Unterschied, ob es Unentschieden steht oder gegen uns steht. Also gehen wir nach vorne. Und dann haben sie alle mal nach vorne geschickt. Ganz einfach. Und sie waren ja auch nah dran. Schweiz hat dann eben trotzdem in den Schlussminuten meinetwegen ein bisschen mehr Chancen. Aber das ist eben immer, wenn eine Mannschaft aufmacht, sozusagen, dass aber Olli Kahn, also dann werden die Konterschancen größer. Dass Olli Kahn aber jetzt meint, warum haben sie sind angegriffen. Ja, das heißt halt einfach, weil du keinen, also gut, meinetwegen hast du Verstand, aber du hast sie nicht eingesetzt in dem Fall. Oder meinetwegen, um ihn nicht zu sehr zu beleidigen. Die Gefahr besteht natürlich, dass der Verstand gar nicht vorhanden ist. Aber okay, das dürfte ich natürlich nicht sagen. Bloß wenn es häufiger zu solchen Unsinnenaussagen kommt, muss man natürlich schon irgendwann anzweifeln. Abgesehen davon, dass natürlich nach meiner Einschätzung irgendwann mal die Leute doch einfach melden müssten und sagen müssten, ja, was redet er denn da? Also, sprich, wir haben hier einen Favoritensieg, der eigentlich keiner war. Die anderen waren Favoritensiege, wobei eben Brasilien ja auch in der Nachspielzeit und Deutschland ja noch mehr in der Nachspielzeit. Also wenn diese beiden Favoriten jetzt nicht gewonnen hätten, dann wäre natürlich hier eine ganz andere Zahl. Also, dass wir jetzt zu viele Favoritensiege haben, war eben jetzt auch ein bisschen Glück für die Favoriten oder eine ganze Menge Glück. So, wenn man jetzt also das Spiel Deutschland-Schweden, habe ich noch nichts drüber gesagt, aber vielleicht kann man das auch nochmal so ein bisschen nüchterner zusammenfassen. Wie gesagt, die Reaktionen von allen, also alle. Thomas Müller, auch im Interview, hatte kaum Luft bekommen, was eben auch Zeichen für die Anstellung ist. Er hat versucht, ruhig zu sprechen, hat aber, man merkte es eben, dass er einfach außer Atem war. Das kann aber auch Teil Entladung dieser Anspannung sein. Und dann kamen eben auch die unsinnigen Fragen. Sozusagen, was jetzt? Das war noch lange nicht gut. Also, gerade so geschafft, was so immer in Deutschland schaffen wir sowieso, aber gut war es noch lange nicht. Und Toni Kroos, aber selbst dieser Grinde oder wie heißt der Sport-DSB, Sportchef, was weiß ich, der hat ja auch kaum Luft bekommen, wenn man das nicht merkt. Und da reden die von tiefenentspannt und alle sonst was. Also, ich meine, so ein Blödsinn wirklich. Die waren alle unter so einer extremen Anspannung. Was aber eine Folge ist davon, dass man eben sieben Tage in Folge von unsinnigen Medien-Aussagen bombardiert wurde, von Experten-Aussagen, die alle nur schwachsinnig waren. Und die natürlich auch dann in die Richtung gehen, ihr müsst gewinnen, ihr müsst gewinnen, ihr müsst gewinnen. Ich meine, dass dann Jogi Löw eben schon sagte, ja, wir werden eine und wir schaffen das. Und sonst was ist eben auch dann schon ein peinlicher Unsinn, aber halt auch leider eine Folge von diesem Blödsinn. Wie gesagt, das Wahrscheinlichkeiten-Konzept wollte ich halt auch mal, dass man eben versteht, dass man einfach diese Zahl nicht übersteigen kann. Man kann eben sagen, so wie ich das korrekt berechnet habe, ist eben die Zahl so. Wenn ich es nicht korrekt berechnet habe, geht natürlich auch, aber auf eine höhere Zahl kommt man nicht. Bloß jetzt das Spielerverhalten könnte natürlich so sein, ja, wir müssen halt noch einen Kilometer mehr ran. Theoretisch müsste das aber in der Zahl schon drinstecken. Also sprich, wenn Thomas Müller jetzt so außer Atem ist, dann hat er halt, guck mal, mit zehn Mann mussten wir dann noch ein Tor und haben es auch versucht. Da könnte man halt auch jetzt über die Taktik kurz mal reden, weil es vergleicht man mit dem Serbien. Aber dann könnte man halt sagen, ja, der hat gesagt, ja, aber wenn ich noch mehr renne, was theoretisch aber schon eingerechnet sein müsste in die Zahl, dann kann ich vielleicht die Chance von, aber da waren es ja sowieso nur noch dann acht Prozent oder sonst was in den letzten fünf Minuten oder zehn Minuten, das sind noch ein Täuschlichen, aber dann mache ich das aus acht Prozent, neun Prozent, was aber dann eben alles andere als die Gewissheit garantiert. Aber was eben dann in der Gesamtheit sozusagen hier einen kleinen positiven Wert. Nur könnte man ja dennoch sagen, ja, aber die Schweden wussten ja auch jetzt und so. Und dann sind sie noch langsamer zur Ecke gelaufen. Darüber könnte man ja auch noch reden. Was hatte ich jetzt gesagt? Gerade den Einfluss auf die Wahrscheinlichkeiten sozusagen, den hat man im Grunde nicht. Aber natürlich ist es eine Entwicklung in einem Spiel. Also sprich, am Anfang haben sie vielleicht in den ersten fünf Minuten tatsächlich ihre Wahrscheinlichkeit einfach durch dieses enorm selbstbewusste, gute auftreten, muss er einfach jetzt sagen, wir wollen das alles ablegen, wir haben 90 Minuten Zeit, wir sind besser, konnte man sehen. Und dann steigt vielleicht die Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf 70 Prozent, dass man sagt, naja, wenn sie so spielen und der Gegner gar kein Bein auf die Erde kriegt oder so. Aber dann natürlich geht es wieder runter, dann kommt das Gegentor, dann bricht es in den Keller auf vielleicht 25 Prozent oder sonst was. Ich habe es jetzt hier nicht aufgezeichnet, könnte man aber natürlich auch an Marktreaktionen und so weiter. Aber insofern bleibt es also immer eine Entwicklung. Also die 65,11 Prozent sind sozusagen eine Zahl, die vor dem Spiel irgendwo berechnet ist. Wobei die Wahrscheinlichkeit jetzt noch etwas höher liegt als jene vom Markt berechnete. Also sprich, ich wäre noch ein bisschen optimistischer mit Deutschland gewesen in gewisser Weise als es der Markt. Diese Marktreaktionen sind aber teilweise auch davon beeinflusst, dass eben Leute natürlich auch diese Medienreaktionen hören und dann eben sagen, Deutschland ist ja gar nichts. Und dann sozusagen ein bisschen gegen sie wetten und dadurch dann die Quote steigt und damit die Wahrscheinlichkeit sozusagen, die Kehrwert der Quote, sozusagen die Wahrscheinlichkeit sinkt. Also Quote steigt, Wahrscheinlichkeit sinkt. Und also von daher war ich sogar noch etwas optimistischer. Aber eben Einfluss darauf hat man sozusagen nicht. Okay, jetzt ganz kurz das Spiel wollte ich selber erzählen. Aber halt auch diese Vergleichsspiele können wir auch noch zu kommen. Aber jetzt diese Schweden und auch die Reaktionen, denen Schweden gegenüber oder so etwas. Ich meine, sie fangen ja immer sofort an, auch jetzt bei Serbien-Schweiz war das natürlich so, diese Reaktionen. Und die fingen da an mit dem Doppeladler da irgendwie ihre albanischen Wurzeln und sonst was da. Gerade die Torschützen, Xhaka und Shakiri und so weiter, die dann den Zuschauern gegenüber, ja, die muss man ja, erstmal kann man sie ja immer verstehen. Und dann sagen, ja, das darf man nicht und so geht's ja nicht. Und Krista jetzt nachher, den ich ja hier noch habe spielen sehen. Bis dann Pauli hat da noch mal gespielt, oder? Also gegen Hertha. Na, jedenfalls ein Siegtor geschossen für St. Pauli. Du warst im Stadion. Würde ich sagen. Aber, keine Ahnung, war aber in Nürnberg oder was? Naja. Also jedenfalls, der Krista jetzt, der dann eben auch so reagiert und diese, ja, halt einfach diese Provokationen und dann Genf oder so. Aber da muss man halt einfach diese Emotionen natürlich auch. Und die werden ja alle von dieser übertriebenen Ernsthaftigkeit, die mit dem Reingelegten, der Zwang zu siegen, das Herumhacken auf Verlierern und sonst was, wird das ja alles provoziert sozusagen. Und natürlich haben die mit ihrem Jubel provoziert, aber sie haben eben auch das zurückgegeben, dass sie da ausgefiffen wurden oder so. Das muss man doch auch einfach verstehen. Wenn jetzt die Leute meinen, ja, sie wissen es besser, Kosovo gehört nicht zu uns und sonst was und Pfeifen. Aber wenn die am Ball sind, ist doch alles Blödsinn. Das passt doch gar nicht mehr in unsere Zeit. Und dann kann man ja auch die Reaktion wieder verstehen, dass sie dann in die Zuschauer da ihren Doppeladlerzeichen machen und sonst was. So, aber dass dann Kristajic nachher sagt, diese, da müsste die Genferer Dings da sonst was wie Kriegsverbrecher oder so. Was natürlich meinetwegen dann irgendwann überzogen wird, das will ich ja gar nicht bestreiten. Trotzdem kann man es ja erstmal verstehen, dass man einfach jetzt sagt, ja, das wird ja rückwärts auch provoziert und in alle Richtungen. Und natürlich muss man nun immer diesen Stachel des Gegentores, obwohl man halt im Grunde trotzdem über 90 Minuten die bessere Mannschaft war. Was ich jetzt trotzdem noch einmal dann so sage. Also für mich, mein Gefühl war dann trotzdem Serbien die bessere Mannschaft. So, und das muss man ja alles dann auch. Und man wird ja von den Medien zerlegt, egal wie gut man dann war oder sonst was. Das provoziert halt dann auch solche Überreaktionen. Dass man jetzt sagt, ja, ihr zerlegt uns doch sowieso. Anstatt dass jetzt mal einer sagt, ja, ihr wart gut, habt da gut gemacht, klasse gespielt, war Pech, konnte nur einer gewinnen. Oder ihr habt, wir verstehen ja, dass ihr alle nach vorne geschickt habt. Nur dadurch kam das Gegentor 1-1, hätte da locker haben können oder sonst was. Aber das ist ja alles nicht der Fall. Serbien verliert gegen Schweiz. Katastrophe oder so. Und das ist eben, führt eben dazu, dass die Leute dann einfach halt auch überempfindlich reagieren. Und natürlich diese permanenten Provocationen, das wäre jetzt halt Deutschland-Schweden, wo ich halt jedes Mal jetzt sage, guck mal, ich verstehe nicht mehr. Das ist ja auch ein Regelproblem natürlich. Und jeder, wenn man jetzt sagt, ja, der Fußball sowieso 16 Milliarden und so viel Fernseher oder wie viele Menschen haben wir jetzt? 9 Milliarden und alle gucken oder sonst was. Für mich laufen immer mehr Leute weg und sie machen halt Anti-Werbung. Und das Spiel ist halt einfach katastrophal schlecht und uninteressant geworden. Klar, so eine Erlebnisse wie gestern, da können wir sagen, ja, jetzt haben wir wieder ein paar Fans ins Brot geholt, dass halt mal 13 Tore waren und mal ein bisschen Unterhaltung. Aber im Grunde passiert halt nur Schrott. Und gerade halt mit den Regeln, wenn dann eben, das war ja auch noch in dem Spiel, wo zwei Schweizer den Stürmer da zu Boden ringen, wer die Szene gesehen hat, dann sagt man ja, was soll denn ein Elfmeter sein, wenn das nicht ist? Und da greift keiner ein oder sonst was. Dann sagt man auch als Trainer, naja, das ist doch eine Willkür. Mal gibt dann und mal nicht. Dann könnt ihr auch ein Video, weil ihr es vergessen. Früher war es auch nicht anders. Also mal hat man gegeben, mal nicht. Und keiner wusste warum. Und da ringen halt zwei Verteidiger, ringen einen Stürmer zu Boden, der einfach nicht zum Ball kann. Egal, was er macht. Da kann er sich wehren oder sonst was. Dann heißt der, der hat ja auch mitgemacht. Ja, das ist doch alles Blödsinn. Zwei Verteidiger im Ringkampf ziehen sie ihn runter. Kein Elfmeter, kein Video beweist. Gar nichts. Ihr dürft nicht gewinnen, sozusagen. Und diese Willkür muss man ja auch noch ertragen. Als Serbe jetzt oder wie auch immer. Also als serbischer Trainer, keine Ahnung. Zuschauer, das passen ja alle zusammen. So, jedenfalls von den Regeln her jetzt. Jetzt habe ich x-mal gesehen, diese Auswechslung. Keiner kann sie mehr ertragen. Und ich habe es ja schon lange vorher auch erzählt. Die Spieler gehen halt einfach nicht vom Platz. Sie gehen nicht vom Platz. Es steht nach ihren Wünschen. Sie gehen nicht runter. Wenn jetzt der deutsche Kommentator, der eben hier mal sagte, ja, man sagt ja, wenn man eine Minute braucht, dann wird es eine halbe Minute nachgespielt. Also, dass man Gewinn erzielt damit. Also von der halben Zeit, die man gebraucht hat. So, naja, mag ja sein, dass er es gut ausgerechnet hat. Und so verhalten sich ja auch, weil sie einfach sagen, je langsamer ich gehe, jede Sekunde ist eine halbe Sekunde Gewinn. Aber man kann es ja nicht mit ansehen. Und abgesehen davon ist es der Kindergarten. Also man sagt, ja, ich weiß, wie ich unser Spiel gewinne. Ich gehe halt nicht vom Platz. So, dann, ich weiß schon, wie wir unser Spiel gewinnen. Ich gehe halt nicht runter. Ach so, ich? Da ist der eine noch zum Eckball gelaufen, was drüben, ganz auf der anderen Seite, da ist also jedem Wimbappé bei Frankreich, da ist also jedem einzelnen Spieler noch, inklusive Schiedsrichter, Gegenspieler. Alle hat dann auf dem Platz abgelaufen. Hat zwei Minuten gebraucht vom Platz. Ich weiß nicht, wie lange. Ja, und wer soll das noch mit ansehen? Das ist Kindergarten halt, ja. Warum tanzen die Kinder auf dem Tisch? Ja, wir haben es ihnen verboten, aber sie haben es trotzdem gemacht. Ach so, ja, schön. Gut. Weiter so. Ich meine, man muss halt irgendwas dagegen tun. Man muss halt sagen, ihr müsst doch mal runter. Und die Schiedsrichter laufen jetzt immer hinterher und zeigen dann ganz nervisch und zeigen dann auf die Uhr und rennen die Bitschleitenden nicht ein. Also, einer ist immer so zwei Schritte in den Trab und dann geht es aber wieder zum anderen. Ich meine, das ist doch so ein Witz, wenn man das nicht merkt oder was. Wer kann das noch sehen? Dann guckt jeder denkende Mensch, sagt dann eben, das gucke ich mir nicht mehr an. So. Und das haben die Schweden halt auch gemacht. Und wenn dieser Eckball da, meinetwegen 71. Minute, das ist ja egal, dann haben sie halt noch einen Eckball. Schön. Da geht einfach keiner hin. Okay, was? Ach so, Ecke. Ja, wer war denn unser? Wem haben wir ihn ausgemacht? Ach so, Torwart? Nee, warte mal. Nee, mal lieber den. Ach nee, geh du mal. Nö, nö, ich bin ausgebrannt. Abgekämpft. Geh du mal. Keiner geht hin. Machen sie einfach keine Ecke mehr. Geht nicht mehr weiter. Ja, wenn dann die Deutschen nachher irgendwann mal sagen, guck mal, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben, ich würde es ja immer sagen. Früher hätte man halt gesagt, 70. Minute ja sowieso nicht. Würde man sagen, man weiß ja noch nicht, wie es früher ausgeht. Aber heute weiß man es halt. Es steht 1-1, bleibt 1-1. Das machen einem ja die Sprecher auch glaubwürdig. Und dann passiert es ja auch meistens. Aber man würde dann immer sagen, guck mal, wenn du jetzt nicht hingehst, ja, vielleicht fehlt dir die Zeit nachher. Vielleicht fehlt es ja nachher. Und dann sagt man halt, naja, okay, jetzt hat es ihnen mal gefehlt. Jetzt würden sie gerne noch, ja, wieso? Wie? Warst du nur für, wie? Jetzt musst du noch eine Minute drauf, war da noch ein Tor. Ja, denkst du, jetzt habt ihr es euch mal selbst zuzuschreiben. Und dass die Deutschen dann aufgrund dieses ganzen Drucks, der ja vorher schon auf ihnen lastete, dass sie jetzt eben mal ein bisschen hämisch in deren Richtung, denn die haben ja nicht nach 70 Minuten angefangen mit dem Zeitspiel da, sondern die haben, wie sie schon gesagt haben, nicht nur diese Abwehrriegel, klar, haben sie versucht, die Schwächen dann irgendwie auszunutzen. Oder keine Ahnung was, die Unsicherheit. Oder dann eben im Konterspiel halt ab und zu mal die zu überraschen. Aber letztendlich war es da halt ein Bollwerk aufgebaut. Klar, jetzt kam immer noch, dann kommt die Verletzung dazu oder so, hier von dem Rudi. Klar, wieder eine kleine Umstellung, das. Aber wo man jetzt auch einfach sagen muss, ja, hat er dann wirklich zufällig nur mit dem Knie da oder wo mit seiner Knöchel die Nase gebrochen? Oder war nicht vielleicht doch, hat er gesehen, da sitzt einer, ach, dann ziehe ich mal den Fuß nicht ein oder so. Also, ich meine, ich will sich dem unterstellen jetzt, aber am Ende, als Spieler spürt man das schon ein bisschen auf dem Platz. Der könnte doch mal ein bisschen vorsichtiger an dem vorbeilaufen oder so. Keiner zieht da mehr zurück. Ja, das war Pech. Na, mein Bruch, da, das läuft ja, das schießt ja raus. Also, ich meine, das ist ja schwer auch mit anzusehen, sowas. Und dann haben sie zehn Minuten, dann haben sie fünf Minuten, sieben Minuten in Unterzahl gespielt oder so. Im Deutschen ist doch klar, dass der Spielfluss da erstmal raus ist und dann den Gegner stark gemacht, sagt ein Bela Ritig. Weil das Fazit geht immer auf das aktuelle Ergebnis. Weil Tore können ja nicht fallen. Also sprich 0 zu 1, Fazit, wieder alles schwach von Deutschland. Was natürlich überhaupt nicht stimmte. So, und natürlich war dann direkt nach der Pause kam halt dieses 1. Mut. Also erstmal wollte ich jetzt diese Provokationen da abschließen. Und das ist eben dieses Zeitspiel und auch dieses, wir stellen uns hinten rein und ihr kommt nicht durch und sonst was. Und dass eben diese Taktik sozusagen, da kann eben jeder jetzt sagen, Neymar, der hätte abspielen müssen, das ist zu egoistisch, weil er seinem Gegenspieler vorführen wollte, dass er besser ist. Ja, man spürt halt manchmal, dass man der bessere Fußballer ist, aber dass man einfach kein Recht mehr hat zu spielen. Man wird eben auf alle Arten gehalten, da ist gefault, geschoben, das war nicht reichlich für den Elfer. Hier, da ist Abseits noch, wenn man ganz knapp auf der Linie ist und sonst was. Man kommt eben einfach nicht durch. Und das haben ja nun alle Spiele gezeigt. Das ist Belgien jetzt und wir doch ein paar Tore hatten. Oder so, aber das hat ja nun jedes Spiel. Ich meine, Iran, Spanien 0 zu 1, ja, habe ich auch getippt, klar. Na, wie denn sonst? Frankreich, Peru 1 zu 0, klar, wie denn sonst? Ich meine, immer hohe Favoriten, eigentlich gegen krasse Außenseiter, wir haben ja immer hier diese Wahrscheinlichkeit, 71 Prozent, 74 Prozent, 79 Prozent für Spanien. Portugal waren sogar nur 52 Prozent, das hat sich ja im Spiel auch gezeigt. Aber trotzdem halt immer klare Favoriten, die eben, oder Brasilien, Costa Rica 81 Prozent, die sich halt enorm schwer getan haben, was aber nicht eben ein Schwertun ist. Da müsste man halt mal ein paar Spiele zusammenfassen und dann einfach sehen, verteidigen kann jeder und ist einfach. Und ist eben, worauf basiert das? Es ist eben physisch, also sprich, das ist physisch, aber auch, wie lange man rennen kann, ist physisch. Und das haben sie halt alle, also Muskeln, das, Töpernicht, Zweikampfhärte, das können sie doch alle gleichermaßen trainieren und tun sie auch und sonst was. Und abhersend davon, hier Schmerzmittel schon vor der Partie, dass man auch nichts merkt, wenn man da immerzu die Ellenbogen abbekommt und sonst was. Und dass sie physisch, also wie gesagt, diese Ausdauer und die Kraft selbst, und da gehören natürlich noch ein paar, also es gibt natürlich auch noch diese Komponenten der Weglichkeit, Geschicklichkeit, aber das sind eben dann trotzdem die ausgewählten Athleten da, die das dann einfach drauf haben. Sprich, also jetzt kommen noch die balltechnischen Vorteile und die reichen dann einfach nicht aus, weil man einfach dann und immer wieder von zwei Spielern an die Zange, und das war auch nichts und sonst so. Und sprich, also ja, man kommt halt nicht durch. Wer hat denn ein erfolgreiches Dribbling gesehen? Und wenn man es hier in Deutschland, also ich meine, wenn man es hier sieht, dann hört man halt den deutschen Kommentar dazu und heißt, das geht ja viel zu einfach. Also ich meine, das ist jetzt wieder ein ganz anderer Teil. Also sprich, man würde 90 Minuten auf ein einziges gelungenes Dribbling warten, wenn es aber kommt, heißt es viel zu einfach. Naja, gut, also, die Favoriten, die sich eben nicht nur schwer getan haben, sondern sogar, also wie soll ich sagen, das ist eben jetzt, müsste man sagen, schon glücklich. Wir kennen ja nicht jetzt drei, vier Favoriten, die sich in der Nachspielzeit und alle nur mit einem Tor und so weiter. Dann kann man ja, muss man ja einfach irgendwann mal anerkennen, dass so das Spiel ist und das natürlich, dass die Spieler auf dem Platz auch merken. Also sie wissen halt, sind die besseren Fußballer und merken es auch mit dem Ball. Nur hilft dann das einfach nichts mehr, dass man mit dem Ball besser umgehen kann. Was aber dann auch nur noch minimal und in Nuancen der Fall ist. Aber natürlich sieht man das und dann eben immer wieder, und ich meine, dass die Sprecher sowieso dann überhaupt nicht wissen, wie Fußball geht, das ist ja offensichtlich, aber wenn dann irgendwie mal ein Angriff aufgebaut wird, dann sagt er, ja, da muss schneller gehen, da und hier, hätte er den sehen müssen und hätte gleich spielen müssen und sonst was. Und die setzen eben jetzt einfach viel mehr auf die Spielkontrolle, oder wenn man einfach sagt, immer gegen diese Wand, schnell, langsam, sonst was. Man kommt einfach nicht durch und sagt dann einfach, nochmal abspielen, nochmal abspielen. Und ich war jetzt beim Thema Dribbling, man kommt halt auch auf der Außenposition einfach nicht mehr vorbei. Das ist eben, wer hat es geschafft, jetzt gestern, Timo Werner hat es ein paar Mal geschafft, dass er eben dann tatsächlich einfach mit seiner Antrittsschnelligkeit und dem Gewissen geschickt, und das Geschick besteht vor allen Dingen auch darin halt, dem nicht ahnungswürdigen Foul auszuweichen. Also sprich, er würde vorbeigehen, das würden andere auch schaffen, die würden aber unmerklich gefoult werden, keiner würde reagieren und man hätte halt einfach den Ball nicht mehr auf der Kontrolle. Und das ist ja eben halt gelungen, zweimal, dreimal vielleicht im Spiel oder so. Dass man wirklich sagen kann, ja, da war mal ein Ansatz von einem Dribbling, wo man da letztendlich sagen muss, also gegenüber dem Bolzplatz früher, wo man auch sagen konnte, man, da konnte ich mal auch fünfmal aussteigen lassen, weil sie einfach nämlich nicht umgehauen haben oder so. Sowas gibt es halt überhaupt nicht mehr. Und dann würde es sowieso heißen, alle gucken zu. Aber das ist ja noch ein anderes Problem, die Kommentierung dazu. Aber Fakt ist, dass man einfach jetzt einen Sololauf oder irgendetwas, dass man es einfach nicht mehr sieht und es einfach auch nicht sinnvoll ist, so wie die Regeln im Moment ausgelegt werden. Also wo kann man eine Überlegenheit überhaupt noch zeigen? Man sieht halt oftmals, da sind die besseren Fußballer und ja, sie können es halt einfach nicht ausspielen. Aber sie haben sich ja nun trotzdem durchgesetzt, denn das zeigen ja hier diese Zahlen, dass es eben dann immer noch irgendwie gereicht hat und zwar sogar in einem etwas höheren Maß als von mir erwartet, was aber dann den Markt irgendwo reflektiert. Aber das sind eben alles diese knappen Siege, die eben sozusagen auch in Spielen, wo es hätte anders kommen können und was man sich im Grunde, als neutraler Zuschauer, irgendwo auch mal gewünscht hätte. Also sprich, wir haben jetzt hier die Serie von Favoriten, Siegen Argentinien, Kroatien bei Aussieglichen. Die Überraschungen sind halt jetzt schon ein bisschen weiter zurück. Man könnte immer sagen, zweites Spieltag, da sind die Favoriten ein bisschen angekommen. Hier haben wir noch einen Außenseiter gehabt, Kolumbien, Japan, auch einen Außenseiter. Also da waren noch ein paar, aber halt in der Gesamtheit ein bisschen zu wenig. Also hier Marokko, Iran war natürlich auch ein Außenseiter. Erfolg Portugal, Spanien war ein Außenseiter-Ergebnis. Argentinien, Island natürlich krass und halt Deutschland, Mexiko. Ansonsten, naja, eben ist so. Aber Fakt ist halt, dass eben das für jeden Favoriten gleichermaßen schwer war. Und dass jetzt einfach diese Prozentzahlen, die dann eben da stehen, dass die halt trotzdem in der Summe irgendwo der Realität entsprechen. Selbst wenn jetzt hier das so andeutet, ja, du hast ja die Favoriten unterschätzt oder so. So, und Reaktionen, was hat man noch? Naja, jetzt so von allen Seiten natürlich diese Umkehr halt auf das und was würde ich sagen noch eigentlich zu dem Thema? Achso, ja, also die zweite Halbzeit so ein bisschen nochmal kommentieren oder so. Und da war eben das 1-1 natürlich durch Reus direkt danach. Und dann war eben sofort wieder diese gleiche Druckphase da, weil es sozusagen die gleiche Situation war. wir A, wir haben genug Zeit und B, wir sind jetzt am Drücker, wir können das schaffen. Und also sprich auch, dass man ein Tor erzielt hat, auch wenn es Kli das und ein bisschen vielleicht könnte man sagen, ja, aber das war ja auch erzwungen und verdient war sowieso. Aber, dass man jetzt eben genug Zeit hat und dann haben sie einfach diesen Druck weiter aufrechterhalten. Natürlich so diese induzierte Unsicherheit, meinetwegen würde man dann auch schon sagen, dass sie aber sich auch im Spiel wieder selbst ergeben kann, wenn man dann plötzlich merkt, auch so ein paar Mal fiel mir auf, wo die Leute sich am gleichen Platz befanden, also wo so ein bisschen Raumaufteilung, keine Ahnung was. Also so, das ist für mich als Unsicherheit einfach. Da wollte einmal der den Ball überlassen an den anderen und groß und das und der blieb stehen und dann war der Ball fast verloren und sonst was. Also, aber da war auch manchmal so, wo sie einfach irgendwie falsch gelaufen sind in Positionen, wo schon jemand stand oder so, wo ich dann dachte, ja, aber warum läuft denn, da kann man den Ball gar nicht kriegen und so, wo also so ein bisschen, ja, das war ein bisschen unkoordiniert teilweise. Aber das war eben auch für mich jetzt ganz klar natürlich die Auswirkung dieser gewissen spürbaren, dann doch Verunsicherung oder auch diese Angst jetzt versagen, weil eben das sozusagen so extrem verlangt wird halt dieser Sieg und dass man das eben spürt und dass man eben einfach sagt, ja, weil ihr seid doch zwar alle bescheuert, dass ihr denkt, dass man einfach so immer einen Sieger zwingen kann, aber trotzdem, dass dieser Druck eben auf sie durchschlägt. Und da, klar, und dass eben jetzt diese Initiative, die sie dann eben hatten, wo man jetzt sagt, guck mal, da waren dann die 3, 4 Szenen oder so, wo man jetzt einfach das zweite Tor machen würde, wo man es dann eben auf natürliche Art noch gewinnt, das Spiel, sozusagen halt den Teil, der, ja, diese selbstverständlichen Teil, dieser 65 Prozent halt nutzt. Eben, wenn man eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dann ist es eben in der Regel so, also wenn es, naja, naja, dafür ist natürlich irgendwo ein Tor erforderlich, weil es eben beim Fußball so ist oder so. Aber wenn man das bei anderen Sportarten zum Beispiel sieht, dann ist er oftmals so, der Favorit mag auch bei 65 Prozent sein und dann nähert sich normalerweise diese Linie so allmählich den 100 Prozent. So, aber das ist ja, beim Fußball ist es einfach nicht so, die Tore sind zu wenig und die Tore machen halt den entscheidenden Einschnitt. Und, aber trotzdem jetzt, dass diese Druckphase dann erneut nicht genutzt wurde, das war eben dann, da waren die Auswirkungen dann halt die, und dann sagt ja auch Benariti genau das, was eben jeder empfindet und empfinden muss und von den Spielern oder so, meinetwegen kann er sich halt nicht zurückgregen, geht da halt emotional mit, das wäre ja herzlich willkommen, wenn es jemand überhaupt schaffen würde, das kommt mir ja immer so vor, als ob er sozusagen diese nüchterne Analyse, die jetzt sozusagen des Herumhackens trotzdem darin schon irgendwo verbirgt. Also sprich, es wird schon so bleiben, wie es steht und dann können wir mal richtig vom Leder ziehen, selbst wenn er dann teilweise diese anspann, aber jetzt so, ja, jetzt sind noch 25 Minuten und das wird irgendwann auch ein Spiel auf Zeit oder der Minuten oder so, wenn er jetzt denkt, ja, die Spieler sind davon völlig unbeeinflusst oder sie merken das nicht, was er gerade spürt oder wie auch immer, ich meine, es ist eben so, dass man das einfach weiß, dann kommen halt noch die zwei, drei Chancen vielleicht, aber vielmehr nicht, weil er dann einfach nicht im Minutentakt Chancen erspielen kann, gerade nicht gegen so einen Gegner, der eben diese Taktik eins zu eins ist wie ein Sieg oder so einschlägt, aber natürlich auch dann trotzdem bereit ist zu diesen Nadelstichen, die ja auch dann natürlich gute Fußballer im Grunde, die sie ja auch haben oder sind, wie Forsberg dann einmal durch war oder so, den wir ja auch kennen alle aus der Bundesliga, aber da sind ja genug Spieler von dem Kaliber oder wie soll ich sagen. halt auch in Top-Ligen oder sowas und das eben dann auch, diese Angst jetzt noch ein zweites zu kassieren und natürlich dann der Platzverweis war noch, selbst wenn es total verdient war, für mich hat auch Beutting trotzdem sehr gut gespielt, also auch diese Pässe, die halt immer spielt, die ich ja jetzt schon seit Jahren immer wieder bewundere oder so und ich die ja, man würde immer denken, ja, könnte doch mal sein, dass einer nicht ankommt, aber er hat gar keine Angst und die kommen halt an, also ich weiß nicht, wie man das macht, das hat halt der Herr Rüdiger total anders gemacht, der eben dann tatsächlich versucht hat, einfach nur den Ball irgendwie zum Mitspieler zu bringen, das muss man schon sagen, aber das war wohl auch nach dem ersten Fehler, den er gemacht hat, dass er dann dachte, jetzt bloß nicht noch irgendwie mal einen Anlass geben zur Kritik oder so und dann eben Sicherheitsbälle spielt, was eben auch Bilareti dann erkannt hat. So, auf jeden Fall, nein, jetzt ist es halt ein Spiel auf Zeit und jetzt brauchen sie Glück, ja, sie brauchen Glück, richtig, aber dieses Glück, das ist anwachsend, weil einfach diese Kurve von den 65 Prozent, die ja meinetwegen also nach unten ging, mit dem Gegentor vor allen Dingen halt, auf 25, wie ich jetzt mal sagte und dann ging sie durch den Ausgleich halt wieder mal auf 50, vielleicht 55, vielleicht sogar für einen Moment mehr, weil dann einfach sagt, jetzt Momentum mitnehmen oder so, aber dann geht sie halt allmählich, wenn das Tor nicht fällt, wieder runter und dann geht sie eben erheblich runter und dass er jetzt sagt, jetzt brauchen wir Glück, ja, Glück braucht man von Anfang an, also weil um von 65 erwarteten Prozent auf 100 zu kommen, muss man halt 35 Prozent Glück haben, weil das eben einfach so ist, wobei die anderen Ereignisse halt mehr Glück bräuchten, aber das ist eben trotzdem alles andere als eine Selbstverständlichkeit und die, die Chance sinkt halt immer weiter ab und jetzt Glück zu brauchen, ab wann, wie ist Glück, unterschieden von dem, also für 35 Prozent Glück, ja, dann ist es doch kein Glück, dann ist es doch das Favoritenereignis, toll, es bleibt halt bei den 35 Prozent, die man zu Gewinn erzielen muss, die nur mit Glück möglich sind, also, es ist nur mit Glück möglich, sonst wäre hier ein Rechenfehler, der aber nicht existiert oder wenn jemand den Rechenfehler nachweisen will, muss er selber Zahlen hinstellen, hier 95 hinschreiben, und dann immer darauf wetten und dann aber natürlich sein Bankkonto, meinetwegen auch offenlegen, also sprich, es wächst, es wächst, es wächst, ich kann es besser, so, und das wird er halt nicht schaffen, also nicht auf die lange Sicht, das heißt, diese Zahlen sind schon sehr gut berechnet und darauf kann man sich eben stützen, wer es getan hat, hätte auch nicht mal schlecht abgeschnitten, Fakt ist, dass die Glück, also das ist jetzt, wenn es unter 50 Prozent ist, braucht man Glück, also man braucht immer Glück, wenn man irgendwie was erreichen will, was eben vorher noch nicht feststeht, also sprich, auch diese 81 Prozent, die sind halt, brauchen weniger Glück, aber sie müssen halt erst mal irgendwie sich realisieren und der Zuwachs geschieht halt durch Glück. So, wie gesagt, die Chance sinkt und er meint, das ist eine Zeit, das, jetzt brauchen wir Glück, ja, tolle Erkenntnis, hätten wir vorher auch gebraucht, hätten wir zu jedem Zeitpunkt gebraucht. So, und die Chance sinkt also immer weiter ab und natürlich spürt man das auch in den Reaktionen, es wird eben, jeder weiß von diesen Fußballern, und das verdient halt allerhöchste Bewunderung, dass es eben, sozusagen, dass ihre Chancen jetzt schwindend sind und trotzdem muss man halt auch in der 75. Minute und mit einem Mann weniger, ab dann, das war ja etwas später noch, aber jedenfalls muss man dann noch versuchen, den Angriff geduldig und gut aufzubauen. Wenn also jetzt ein Mangel an Geschwindigkeit oder Gündogan sagt, auf einmal, der soll jetzt endlich mal zeigen und das in die Hand nehmen oder sonst was und irgendwas wird da plötzlich eingefordert von dem oder so und der versucht einfach nur und der hat ja kreative Bälle auch gespielt und gute Bälle gespielt und ich weiß nicht, man kommt halt nicht durch und wenn es in der Versuche, nein, und doch nicht so und doch nicht so selber schießen, abspielen, das immer je nachdem, was er gemacht hat und was kein Tor brachte, auch kein Tor brachte, war falsch und dann muss er, ja, es geht nicht ohne Risiko, war sehr guter bei Belleretti, weil das wäre eben absolut richtig gewesen, dass es eben nicht ohne Risiko geht, was eben dann aber auch die Fehlleistung sozusagen einkalkuliert, aber auch entschuldigt. Also sprich, wenn man jetzt eben wirklich den riskanten Ball spielt in die Spitze und der kommt nicht an, dann muss er halt sagen, ohne Risiko geht es nicht, okay, hat er versucht und versuch es nochmal, weil vielleicht kommt der nächste an. Und das war eine gute Erkenntnis zwar, aber die er ja nicht korrekt auslebt oder am Schluss nicht korrekt auch bewerten würde. Also sprich, sie haben es gut gemacht, es hat trotzdem nicht gereicht, das würde man ja nie hören. Was aber trotzdem der Fall sein könnte und was eben eine gute Analyse wäre, eine sinnvolle, eine passende und auch eine, die der Zuschauer und Zuhörer gerne hören würde, weil sie nämlich stimmt, weil man das einfach heraus spürt, wenn etwas stimmt. So, aber die Zeit würde kurzer, das heißt, die Wahrscheinlichkeit sinkt immer weiter ab und sie nähert sich dann natürlich irgendwann schon den 0% an. Jetzt meinetwegen, also 0% ist halt Schlusspfiff, aber es ist ihm davor halt wirklich sehr gering. Und natürlich diesen Standard nochmal rauszuholen, das war dann wohl auch Timo Werner, der es rausgeholt hat, wo ich jetzt sagte, er ist dem Fall immer ausgewichen, da hat er es halt gezogen, wie auch immer, ob er anders eine bessere Chance hätte, weiß ich nicht. Aber jedenfalls geht da die Chance natürlich trotzdem durch den Freistoß nochmal ein klein bisschen hoch und kann ja sogar sein auf 3% oder was weiß ich wie viel. Aber immerhin eine nennenswerte Chance, weil in der Position alle Leute im Strafraum und dann natürlich mit vollstem Risiko. Was ich bloß noch sagen wollte, war, was eben für mich jetzt entscheidend auch mit dem Serbien-Schweiz vergleichbar. Also Serbien wusste, sie brauchen einen Sieg, ob sie verlieren oder unentschieden spielen, mehr oder weniger. Also wie gesagt, diese kleine Chance, diese einbüßen und der Siegtreffer hätte eben die sichere Qualifikation bedeutet. Also sprich, das lohnt sich ja total, also wenn man davon kalkuliert ein Risiko oder sowas redet oder nicht was eben jetzt bei oder bei anderen Spielen dann einfach sagt, guck mal, ich riskiere und ich weiß, es kann auf Null runtergehen, aber die Chance ist so günstig und im Verhältnis zu dem, was ich gewinnen kann. Also sprich, das Serbien-Siegtor hätte sofort gesichert das Viertelfinale, das Gegentor hat fast nichts ausgemacht. Also wenn es 3% gekostet hat oder vielleicht auch rein, ganz objektiv vielleicht 8% oder sowas, aber abhängig davon, wie sich Costa Rica gegen Schweiz verhält im Schlussspiel, wenn sie also normal spielen, was eigentlich halt auch normal wäre. Aber dann wäre halt die Chance günstiger. Nur wie gesagt, die Spielanlage von Serbien müsste gleich bleiben. Deutschland hatte bei dem Unentschieden eben noch eine Chance und wenn sie das Zweite kassiert hätten, was eben dann auch in der Luft lag, muss man ja ganz ehrlich sagen, also wer das jetzt ignoriert, würde dann eben liegen, dass sie eben jetzt sozusagen komplett aufgemacht haben und eben die Absicherung, die haben eingeführt, dass sie die eben aufgegeben haben. Und da hat man eben tatsächlich Chancen hergegeben, aber welche waren das? Was Serbien hergegeben hat, war berechenbar und klein. Also relativ gut berechnet, abhängig von dem Costa Rica-Verhalten im letzten Spiel gegen Schweiz, die eben auch einen Punkt holen könnten, aber Serbiens Verhalten gegen Brasilien würde das nicht beeinflussen, dass Schweiz eventuell nicht gewinnt. Sprich, Serbien muss das Spiel auf Sieg anlegen. So, was hat Deutschland eingebüßt? Sie haben eben die Chance, hätten sie eingebüßt, beim Gegentor sofort raus, andernfalls bei Unentschieden. Ein Sieg natürlich gegen Südkorea, vier Punkte, Schweden hätte bereits die vier Punkte, könnte aber verlieren gegen Mexiko, die dann neun Punkte hätten. Deutschland wäre punktgleich mit Schweden und abhängig davon, wie Mexiko, falls sie denn gewinnen gegen Schweiz, wie sie gewinnen würden, wäre dann sozusagen das Achtelfinale immer noch möglich gewesen und eben weniger als 1 zu 0 geht ja nicht. Also der direkte Vergleich Deutschland-Schweden wäre sowieso gleich und Torverhältnis ist ja, da Deutschland 0 zu 1 verloren hätte und dann 1 zu 1 wäre also 2 zu 1, 1 zu 2 plus halt eher das Spiel gegen Südkorea, welches sie dann besser gewinnen könnten als Schweden, während Mexiko höher gewinnen würde. Also das wäre praktisch, die minimale Ergebnisse wären ja 1 zu 0, 1 zu 0, wonach alles gleich wäre und ansonsten, wenn Deutschland mehr als 1 zu 0 oder Schweden mehr als 1 zu 0 verlieren sollte, für den Fall jeweils, dass es Sieg für Deutschland, Niederlage für Schweden gibt, gibt es keine schlechteren als 1 zu 0 und 1 zu 0, die dann immer noch Gleichstand erzeugen würden und danach das Los tatsächlich entscheiden würde. Und also diese Chance hätte die aufgegeben und die Chance ist ja gar nicht mal schlecht, denn wie gesagt, Südkorea schlagen, können wir natürlich hier auch nachgucken, also Südkorea schlagen, Deutschland, Mexiko, ach so, das habe ich hier in dem anderen, ja jetzt müsste ich das vorholen, kann ich aber natürlich, Deutschland, Schweden, Deutschland, Südkorea, das wäre also immer noch diese 1,32, das habe ich jetzt hier nicht mit Prozenten angegeben, aber das ist halt 1 durch 1,32, wo kann ich das hier vorführen? Also die Chance, dass Deutschland, also das ist ja mit eine der besten Chancen, 75%, also eher 76% und natürlich, also das ist eine sehr ordentliche Chance und schlechter als 1 zu 0 geht ja dann nicht und gleichzeitig müsste halt Mexiko gegen Schweden gewinnen, die sind Favorit, aber hier halt 2,71, das sind dann halt nur knappe 40%, aber das ist eben 40 mal 75 sind halt immerhin 30%, also eine 30% Chance hätten sie aufgegeben mit dem Gegentor, aber entscheidend natürlich, Überlegung dabei ist natürlich die, ja Mexiko ist ja schon durch, warum sollten sie gegen Schweden gewinnen, sprich, das ist also, vielleicht spürt man dann eine geringere Chance, also erführt man, aber entscheidend wird natürlich sein, wir haben es nicht in der Hand, während Serbien hätte es ja in der Hand gehabt, also hat es jetzt immer noch in der Hand, nur Brasilien schlagen, so, also sprich, Deutschland hat zwar eine rein rechnerische Chance dann von 30%, die sehr, sehr, sehr erheblich ist, aus der Hand gegeben, mit dem Gegentor, was sie auch riskiert haben, darauf haben sie es also angelegt, und haben ja jetzt ihre Chancen noch keineswegs gesichert, also nicht mal mit dem Sieg, also sprich, sie haben mit dem Tor nur einen Chancenzuwachs vielleicht von 40%, also, also gegenüber dem Gegentor natürlich von 70%, die sie jetzt meinetwegen haben, also es gewinnen und abhänge ich jetzt noch klein bisschen von dem anderen, aber es sind dann nahe 75%, meinetwegen, ich habe die Simulation jetzt noch nicht laufen lassen, aber es wird schon irgendwas in der Größenordnung sein, und sonst hätten sie 0%, und sonst 30%, also diese drei Möglichkeiten gab es eben sozusagen, und die 30% sind aber einen Fantasiewert, den man nicht in der eigenen Hand hat, also die 30% würde man dann nicht so empfinden, also wenn man jetzt sagt, naja, wir müssen gewinnen und hoffen, dass im anderen Spiel das passiert, obwohl die Wahrscheinlichkeit halt gegeben ist, wie gesagt, aber das ist ja dann eben sogar möglich, dass Mexiko sagt, auch lieber die Deutschen raus, und dann eben meinetwegen unentschieden mit Schweden, einfach so, also Schweden sagt, ach ihr dürft ruhig Gruppensieger sein, Hauptsache wir sind weiter, oder so, also sprich unentschieden, dann wie Deutschland, Österreich oder sowas, also nicht, das war ja kein Unentschieden, aber das, wenn meinetwegen Schweden, Dänemark, damals ist 2 zu 2, was beiden weiter half, gegenüber Italien, bei der EM, also jedenfalls, wären das eben Fantasiezahlen von 30%, die man nicht in der eigenen Hand hätte, und die eben möglicherweise davon auch erheblich reduziert wären, dass eben Mexiko das Spiel nicht ernst nimmt, oder halt, dass Mexiko es gar nicht erst möchte, also sprich, Deutschland gar nicht helfen möchte, was man dann auch schon ein bisschen sogar, naja, annehmen kann, also von daher ist es zwar verständlich, dass Deutschland aufgemacht hat, aber es wäre für mich jetzt rein mathematisch im Grunde nicht gerechtfertigt gewesen, also da wäre es eigentlich besser gewesen, man lässt es 1 zu 1 stehen, also rein mathematische Sicht, ja, aber es ist halt natürlich absurd, jetzt den Spielern das so vorzurechnen, und da weiß ich auch gar nicht jetzt, ob jemand da überhaupt gerechnet hat, auch jetzt im Vorfeld schon, inwieweit sie das dann ausrechnen, die Sprecher haben halt zwar immer gesagt, unentschieden, da könnte noch, ist noch nicht, aus, und so weiter, aber ob die Verantwortlichen dann jemals das, da überhaupt die Chancen durchrichten oder so, aber sie werden schon irgendwann mal daran denken, und dann werden sie sagen, von Mexiko können wir ja nicht, aber man könnte halt trotzdem sagen, in irgendeinem Stadium der Partie würde man auch sagen, na, lieber den Spatz in der Hand halten, lieber das Unentschiedene, dann geht das vielleicht noch, als jetzt eben alles zu riskieren, sie haben es aber trotzdem getan, alles zu riskieren, aber das kann natürlich auch, also sagen wir mal, da sind schon verständige Menschen, das wichert sich ganz, weil das Wahrscheinlichkeiten-Konzept ist schon ein bisschen kompliziert, das alles so einzubauen, zu nutzen, also es wird eher intuitiv argumentiert, aber dass man jetzt sagt, guck mal, wir können uns nicht von Mexiko gegen Schweden abhängig machen, das heißt, wir müssen gewinnen, also, dass man einfach diese Marschroute ausgibt vor dem Spiel und einfach sagt, da gibt es jetzt auch keine Alternativ-Szenarios, mit denen wir uns beschäftigen, so in etwa war auch das Auftreten, also im Nachhinein würde ich dann sagen, sie haben sich der Vorgabe entsprechend vielleicht dann auch richtig verhalten, also in dem Sinne, aufgrund dessen, dass eben Mexiko niemals helfen würde, also sprich, Mexiko würde gar nicht erst das Spiel gewinnen gegen Schweden, von dem Deutschland dann abhängig wäre. So, also würde ich jetzt mal schließen, mit dem, das Verhalten war richtig, trotzdem war ich halt so ein bisschen verwundert und überlege dann halt, ob diese Überlegungen irgendwo eine Rolle spielen, weil man sieht ja jetzt, guck mal, die machen komplett auf, also alle nach vorne, wie Serbien gegen Schweizer und, ja, aber welche Überlegung steht dahinter, die wissen doch auch, wenn sie jetzt Tor kassieren, ist es aus, sonst hätte man wenigstens noch diese vier Tage bis Mittwoch oder dann halt auch möglicherweise, dass man den Mexikanern da mal, naja, mal am Telefon irgendwie, wenn ihr gewinnen solltet und so, wäre nicht schadhaft für euch oder so, keine Ahnung in die Richtung, also da hätte man also noch Möglichkeiten. So, und jetzt habe ich also genug geschwafelt, obwohl ich noch tausende von anderen Sachen, und das würde ich vielleicht dann auf ein anderes Video verlagern, also eine Stunde, wer durchgehalten hat, danke, freut mich, liebe Like, also, wie heißt es immer, kommentieren, mögen, teilen, unter, äh, ja, abonnieren, share, like, comment, subscribe, so, thanks a lot, danke für die Aufmerksamkeit, tschüss, ich mache mehr davon, see you soon, bye.